So, bei uns ist heute die Julia. Julia, grüß dich! Hallo! Und wir suchen heute den Traummann für die Julia. Würdest du dich deinem zukünftigen einmal ein bisschen beschreiben? Was macht die so aus? Was kann er sich vorstellen? Ja, ich bin die Julia, bin 26 Jahre alt noch. Ich habe eine 6-jährige Tochter. Ich komme von Bernreuth. Und so habe ich meinen Freund zu treffen, vorgegeben. Das Übliche, ja. Das Übliche? Was darf dein Traummann von sich behaupten, was für ihn üblich ist? Oder was er so mitbringt, was er so macht, wie er ist? Ja, auf alle Fälle soll er Gauri verstehen. Soll treu sein, ehrlich. Ähm... Mein Groß soll er sein. Ein Wampel soll er haben. Vielleicht auch noch Tattoos. Das wäre super. Von den Hobbys oder Interessen her? Nein, jeder ist so, wie er ist. Es kommt, was kommt. Es kommt, was kommt. Also du hast da keine großen Vorlieben. Gibt es auch gar nichts, was du sagst, das ist ein totaler Abtörner, das geht überhaupt nicht? Lange ho. Ähm... Wenn er anhänglich ist. Wenn er sich mit meinem Dörnerle versteht. Ja. Das ist natürlich wichtig, dass er sich mit deiner Tochter versteht. Aber ansonsten sagst du, Chemie muss passen. Bloß lange ho. Dörfer nicht haben. Ja genau. Das war es schon wieder. War es schlimm? Nein. Nein. Schlimm war es nicht. Wer die Julia kennenlernen möchte, schreib dir da bitte. Ich hab ein bisschen mit dir. Nein. Schreib dir. Entschüss. impalte. Merke. Ich hab dich mit dir. Und was dit.